Willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Ali, euer 3D-Tutor und ich zeige euch heute, wie ihr mit Masken in Photoshop umgehen könnt. Ihr alle kennt sicher das Problem. Ihr möchtet ein Bild in ein anderes Bild einfügen. Ich zeige das einmal an dieser Stelle über Platzieren und Einbetten unter Datei. Wähle ich meinen Markus-Turm hier an und ich befinde mich hier im Dogen-Palast in Venedig und füge meinen Markus-Turm in das Bild hinzu. Nun ja, ich möchte ganz gerne nur den Turm hier ausschneiden. Und das kann man natürlich ganz einfach, indem man hier den Turm anwählt. Und über STRG, SHIFT, I könnte ich die Auswahl umkehren und ich entferne alles. Kann ich natürlich noch nicht, denn das ist noch ein Smart-Objekt hier. Über Ebene rastern, Smart-Objekt, kann ich hier meine Ebene rastern und den Rest entfernen. STRG, D, um die Auswahl aufzuheben. Und ich würde jetzt gerne den Turm an diese Stelle tun. Hm, ja, okay, passt mir soweit. Ich muss den Rest hier natürlich noch loswerden. Dann nehme ich mein Radiergummi-Werkzeug und entferne das Ganze. So. Ist ganz schick geworden. Ich kann das vielleicht noch ein bisschen drehen. STRG, T nochmal. Ich drehe das hier so ein bisschen rein. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen geschickter bin, dann kann ich den hier richtig schön reinsetzen. Und fertig. Nun ja, sagen wir, ich hätte hier noch ein bisschen genauer gearbeitet. Trotzdem bleibt das Problem. Ich habe hier beispielsweise oben die goldene kleine Kuppel weggehauen und ich habe zu viel von meinem Turm entfernt. Und ich hätte das gerne zurück. Bei der destruktiven Arbeitsweise, die ich gewählt habe, funktioniert das Ganze nicht. Ich müsste jeden einzelnen Schritt rückgängig machen, bis ich dann hier irgendwann wieder die kleine goldene Kuppel drin habe und meinen Restturm und dann nochmal von vorne beginnen. So möchte ich nicht arbeiten. Dafür gibt es in Photoshop eine wunderbare Lösung, die natürlich auch für viele, viele weitere Möglichkeiten genutzt werden kann. Masken. Eine Maske ist im Grunde ein Bild für das Bild, das ich hier habe, um zu sagen, welche Stellen des Bildes zu sehen sein sollen und welche nicht. Ich kann ganz einfach hier eine Maske hinzufügen, indem ich hier auf Maske drücke. Hier würde wahrscheinlich eigentlich der Tooltip erscheinen. Tut er nicht. Gut. Also damit habe ich meine Maske hinzugefügt und habe hier jetzt das Bild, diese Maske, diese Maske für mein Bild, um zu sagen, welche Stellen dieser Ebene zu sehen sein sollen und welche nicht. Das ist mein Markus-Turm, wie ihr hier sehen könnt. Und das ist meine Maske. Über Alt und dann auf die Maske, dann klicken, dann komme ich in die Maske hinein. Was braucht diese Maske nun? Sie braucht eigentlich nur Schwarz- oder Weißinformationen bzw. Graustufen. Schwarz bedeutet, es ist nicht zu sehen. Weiß bedeutet, es ist zu sehen. Und die Graustufen dazwischen sind, naja, sagen wir, die Deckkraft, mit wie viel Prozent es zu sehen ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier an der Stelle, wo etwa mein Turm sich befindet, mit Schwarz reinmale und ich gehe mal zurück in mein Bild, seht ihr, ich habe hier Dinge entfernt. Ich wähle mal hier ohne Alt zu klicken an und springe somit in meine Maske und kann jetzt in meiner Maske malen mit dem Brush-Tool hier. Ich wechsle mal einmal auf Weiß und kann mir alle Farbinformationen des Bildes hier der Ebene wieder reinholen. Dementsprechend könnte ich jetzt auch ganz einfach meinen Turm hier anwählen mit der Schnellauswahl und ich könnte jetzt die Auswahl einmal umkehren, wie ich es eben gemacht habe, mit STRG-SHIFT-I und ich fülle das Ganze mit SHIFT-F5 mit Schwarz. Ich fülle jetzt meine Maske mit Schwarz. Das würde bedeuten, dass der Teil des Bildes, der jetzt mit Schwarz hier in der Maske gefüllt wird, in dieser Ebene nicht mehr zu sehen ist. Und genau das passiert. STRG-D, um die Auswahl aufzuheben. Ich nehme jetzt mal den Turm, verschiebe ihn ein bisschen, STRG-T, drehe ihn ein wenig, sodass es von der Ansicht her passt, ENTER. Jetzt stört mich, dass ich meine Kuppel hier wieder verloren habe. Das ist aber kein Problem mehr. Ich nehme einfach mein Brush-Tool, wähle Weiß an, gehe jetzt in die Maske hinein, mit Alt und dem Scrollrad zoome ich mich hier rein, mache mit Alt und der rechten Maustaste das hier etwas kleiner und male mal hier in Weiß die kleine Kuppel, den kleinen Engel offenbar, wieder rein. Den habe ich jetzt wieder da. Und ich könnte jetzt einfach den Rest hier mit Schwarz in meiner Maske wegmalen. Ich switche hier einmal auf Schwarz, mache das Ganze größer und male den Rest hier einfach weg. So, ihr seht schon, ich habe ein bisschen unsauber gearbeitet, das ist aber kein Problem. Okay, ich kann auch mal hier die Kante ein wenig härten. So, das unsauberer Arbeiten kann ich jetzt wieder rückgängig machen, indem ich auf Weiß gehe und mir hier das zurückhole, was ich haben möchte. Und genau so funktioniert eine Maske. Das bedeutet im Grunde nichts anderes als eine Ebene für meine Ebene, die dafür sorgt, dass bestimmte Teile des Bildes angezeigt werden und bestimmte nicht. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Abonniert doch den Kanal und wir sehen uns im nächsten Tutorial.